Wir sind Roni und Anna und wir sind Mujo. Unser Projekt zeichnet aus, dass wir Verpackungsmaterialien entwickeln, die für den biologischen Stoffkreislauf gestaffelt sind und sich restlos zersetzen, nachdem sie nicht mehr genutzt werden. Das Ganze entstand aus dem Interesse an den Rauenalgen als Zukunftsvorstopp, was eben auch noch regenerativ ist. Dass dieses Potenzial in unserem Projekt gesehen wird, das freut uns sehr und wir sind sehr, sehr dankbar.